Mir ist schon lange klar, dass die Verkehrswende kommen muss. Und dafür müssen wir alle mit anpacken. Deshalb mache ich meinen Master im interdisziplinären Studiengang Mobilität, Verkehr und Infrastruktur an der Uni Kassel. Wie sieht eine Stadt aus, die mehr Menschen dazu einlädt, zu Fuß zu gehen? Und wie kann Radfahren gefördert werden? Wie bekommen wir schnell und vor allem auch nachhaltig eine Infrastruktur für neue Antriebstechniken? Wie wird der ÖPNV attraktiver, besonders im ländlichen Raum? Oder wie können Sharing-Systeme in den Nahverkehr integriert werden? Im Verkehrssektor stehen große Transformationen bevor. Die Uni Kassel bündelt hierbei ganz unterschiedliche Kompetenzen. Egal ob Ingenieurwesen, Stadt- und Raumplanung, Wirtschaftswissenschaften oder auch Umwelt- und Verkehrspsychologie. Alle tragen ihren Teil dazu bei und auch dein Studiengang ist gefragt. Ich bin zum Beispiel mit meinem Bachelor in VWL und guten Ideen zur Digitalisierung im Verkehrswesen hier genau richtig. Das interdisziplinäre Studienkonzept ist in Deutschland das erste seiner Art. Und gute Ideen im Bereich Mobilität und Verkehr haben in Kassel Tradition. Ob es die erste Fußgängerzone ist, die Parkscheibe oder die Regiotram, die sowohl im Straßen- als auch im Eisenbahnnetz fährt. Außerdem gibt es hier eine der ersten Radfahrprofessuren in Deutschland. Und für die Zukunft braucht es genau diesen Pioniergeist. Lerne von den innovativsten Köpfen. So entstehen neues Wissen und kreative Lösungen. Egal welchen Bachelor du hast, Hauptsache du steckst voller Ideen für die Zukunft. Mach auch du dein Master im Studiengang Mobilität, Verkehr und Infrastruktur.